jo leute was geht ab ich bin es wieder mit einem neuen video und heute spielen wir mal in geteilter version hier seht ihr der mit dem bogen den leon den binzocker und da den anderen typen nein mein scherz den david und sein bruder der ist gerade irgendwie was machen und wir spielen wir heute einen ausprobierten server der cod minecraft heißt den haben wir gemacht da gibt es halt teams und so zweier teams zwei zweier teams und man muss sich halt abschießen und der tod ist der ist draußen und ja so ist es halt hier ist die map leute auf jeden fall richtig cool hier kommt die polizei man hört sich zwar nicht ganz hier ist die polizei ja und jetzt leon ist jetzt igor endlich da alles klar was macht er da unten also leute ich zeige euch kurz die map hier ist team rot war cool da haben wir schon sachen da hinten ist die blau ja gut danke bitte so und irgendwo hier gibt es halt sehr viele schöne häuser und alles hier kann man sich verstecken der wenn man weg gibt es nicht mehr warum holt ihn bitte wieder raus ach man leute ehrlich und ja wenn es jetzt nicht los geht mache ich kurzen cut rein und warte bis es weiter geht also bis gleich leute so leute hier ist bin ich wieder und hier ist igor der irgendwo was gemacht hat bewegst du dich jetzt die go ja also jetzt mal aus kann du an danach komme ich ja was bist du ja was bist du okay dann also leute jetzt geht es weiter wir sind hier jetzt hier mit igor ja ich bin ja also wir rasieren hier jetzt alle ja also leute sie gehen jetzt zu ihrer base und dann geht es mal los 5 4 los 3 2 1 los das ist nicht aber igor gell der sie dich bestimmt alter das ist so spannend das ist so spannend und so auffällig von mir david sneaken ich kann aha lol alter jetzt würdest du treffen nein schnell weg hier schnell weg hier schnell weg hier david geh weg geh weg von hinten david zurück komm 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 david komm rückzug rückzug david david bist du dumm komm zurück ja david komm her ja david ist da man ist ja dumm alter was ist das für ein teampartner team liga naja ich weiß hä igor bist du tot nein ich bin auf anderen david du bist eh schon draußen david du bleibst jetzt erst einmal weg david geh erstmal weg Naja! Guck Junge, ihr seid so OP zusammen. Ja, ich weiß. Mach jetzt nicht, wenn der einfach vorrennt. Ach egal, reg dich nicht so auf. Ja, sagst du. Also Leute. Nein, trotzdem. David, du darfst nicht einfach vorrennen. Ja. Ich sag jetzt sogar Rückzug und er rennt zu dir. Ja. Also alle Beziehungen. Die Karten wieder rein. Und schon mal die Lederrüstung so hinhalten, damit man es dann den anderen geben kann. So. Igo fängt an. Danach macht David. Lass mich, oder? David, mach. So, jetzt gehen wir. Igo, was bist du? Rot. Niemand. Okay, warte Leon, Leon, warte. Hier. Ja, das erste Mal kann ich mal mit Igor zusammenspielen. Also Leute. Ich kann das erst. Dann spiel ich halt jetzt mit Igor. Wir werden eh verkommen. Ah ja, mit David. 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 Hi. Danke Maurice. So. Endlich. Ich bin nicht mit dem Vollnug zusammen. Ey, ich mein total nicht. Okay, go. Go, go. Guck mal, man sieht das Übel. Was denn? Hier drüben, guck mal. Hier drüben. Was denn? Wenn wir hier drüben so lang schleichen und du um den Baum guckst. Um den Baum. Tja. Guck mal, man sieht das Übel. Ja, man sieht das Übelst. Ja, ich bin halt so cool. Wuh. Es beginnt schon. Es beginnt schon. Ja, es beginnt schon. Komm. Okay, okay. Komm, das ist so ein Mittel... Nein, 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 Igor. Wir müssen zusammenbleiben. Bleib hier. Ja. Komm, wir werden zusammenbleiben und ich fange. Achtung. Lass du David. Komm, wir schnappen uns David. Rückzug, rückzug. Komm. Wir ziehen uns zurück. Ich muss zurück. Ich hau ab. Bin fast zu... Na. Hier. Ja, ich hab ihn einmal. Ja, ich hab ihn einmal. Ja, komm mal her, Igor. Oh nein. Ich hab euch vorher in die Falle gelockt. Ja, GG, Digga. Digga, ich... Ich hasse Controller. Ach, ist doch jetzt egal. Reg dich nicht ganz so auf. Ja, das sagst du. Okay, alle wieder zum Dings. Digga, ich hasse es mit dieser Sicht ändern. Ja, das ist scheiße. Wenn man einmal draufkommt beim Laufen. Ja, Leute. Das ist wirklich scheiße. Da muss man mal was sagen dazu. Bei der PC drückst du L5 oder so. Das ist weit weg von der Sprint-Taste. Ja. Das ist ein paar Kilometer weg. Also, alle wieder in die Kiste dieses Papier. Geht mal weg. Hallo. Ich muss meine... Meine Papier hier rein. Mein Geld. Mein Geld. Also, wer fängt an? David fängt an. David fängt an. Jetzt ich. Geh weg. Igor, mach. Igor, was hast du? Igor, was hast du? Ja! Nein, ist er da blau. Ja, Mann. Komm, wir gehen. Wir verpissen uns. Also, Leute. Ich war ein bisschen ruhig, weil ich habe gehofft, dass ich und Dings im Team sind. Ja. Boah, jetzt ist es ja... Ich habe gemerkt, die Pissfamilie ist schlecht. Ich habe mich nicht. Hey! Nein! Ist jetzt auch egal. Also, nichts gegen euch. Ja, es war ein Prank. Also, guckt auf jeden Fall mal bei Igor vorbei. Okay. Und bei den anderen Leuten. wir gehen nach oben also los geht es ja wir haben doch gesagt das beginnt wir gehen nach oben wir gehen nach oben wir gehen nach oben wir gehen nach oben ich hab einen ja also ich komm dann lenke ich von außen ich gehe hoch tja der kann nichts mehr machen hab ihn wir haben es geschafft und jetzt runter springen und hoffentlich sterben hör auf hör auf igor wir bannen dich sonst also genau das nicht machen wenn sobald man tot ist darf man nichts mehr machen außer wenn neue runde beginnt also leute neues glück beginnt ich hasse sowas mach kurz einfach oh nein also leute das ist auf jeden fall mal gut gelungen also ich würde mal sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und es kommt jetzt eine zweite runde also bis gleich bis 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 bis